Hallo zusammen, nachdem die Grünen sich nun beinahe selbst zerlegt haben. Annalena Baerbock sei Dank, eine der fähigsten und klügsten Politikerinnen, die wir je hatten. Und nach Einflussnahme durch die Mainstream-Medien, die die SPD ja praktisch über den Klee gelobt haben, ist es nun endlich soweit. Die SPD hat die CDU überholt. Tja, wir denken weiterhin, es ist Wahlwerbung für die CDU, denn wir glauben nicht, dass die Menschen sich dazu verleiten lassen, einen Olaf Scholz zum Kanzler zu wählen. Und damit die CDU auch wirklich nach vorne kommt, hat sich der Vorzeigeminister, der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, entschlossen, seiner Partei unter die Arme zu greifen. Nachdem ist wahrscheinlich die Ankündigung, man würde die Inzidenzzahlen jetzt von der Tagesordnung streichen, nicht recht wirken werden, hat er sich etwas Neues einfallen lassen, um in seiner Not ja vielleicht doch die eine oder andere Stimme zu ergattern, wendet er sich jetzt an die Fußballfans. Ja, ihr dürft, wenn ihr uns wählt, wieder ins Stadion und dann ist wieder richtig Remy, Demi, Rambazamba und alles ist wieder wie eh und je. Kommen wir nach Afghanistan. Die Spots und Titelschlagzeilen der Mainstream-Medien sprechen eine eindeutige Sprache. Es kommen Berichte, die einen ja wirklich den Atem stocken lassen. Wenn man dann aber mal über die Schlagzeile hinausguckt und sich die Berichte dann doch durchliest, dann merkt man, dass sehr vieles im Konjunktiv ist. Könnte, man vermutet, man denkt, so war es früher und darum könnte es auch so sein, auch heutzutage so sein. Also wie gesagt, die Berichte, die da kommen, ist mehr oder weniger alles vom Hörensagen oder wirklich im Konjunktiv. Wir können dazu endgültig und definitiv nichts sagen. Auch wir müssen uns auf die Medien und die Berichte verlassen. Wie dem auch sei, ob es so ist oder so, Annegret Kramp-Karrenbauer hat höchstwahrscheinlich eine Lösung. Sie möchte mit den Taliban verhandeln. Frau Verteidigungsministerin, da kommen uns dann schon wieder Zweifel. Sind die Taliban eben unmenschlich und blutrünstig oder sind sie Menschen, die mit sich verhandeln lassen? Wir glauben, beides gleichzeitig geht nicht. Wir hoffen inständig, dass Sie verhandeln werden. In diesem Falle bitten wir Sie dann, gehen Sie nicht selbst zu den Verhandlungen, sondern schicken Sie einen kompetenten Gesprächspartner. Wir glauben, Sie werden da eventuell nicht so ernst genommen. Leute, das war es für heute. Habt einen schönen Abend. Wir haben uns heute mal etwas später gemeldet. Es bleibt alles dabei. Zeigt Gesicht, geht hinaus. Kommt entweder zur Demo am Wochenende nach Berlin oder macht Veranstaltungen oder Gespräche mit euren Nachbarn, Freunden und Verwandten. Wir müssen dranbleiben. Ach ja, die andere Meldung hier schnell noch aus Hamburg. Da soll jetzt 2G kommen. Naja, gut, okay. Angedroht wurde das ja schon oft. Soll nächsten Sonnabend soweit sein. Wir werden sehen, was daraus wird. Ob man das durchziehen kann. Da gab es ja auch schon das einige oder andere hin- und hergerudert. Wir haben in den letzten 2 Jahren gelernt, es wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Leute, kein Grund zur Panik. Abwarten. Habt einen schönen Abend. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.